Einen schönen guten Sonntagmorgen, der 9. September. Ich wünsche euch der Bauerhausi willkommen auf meinem Kanal. Es freut mich, dass ich gut zugeschaut habe. Jawohl, was läuft da beim Bauerhausi? Ich bin da früh mit der Nummer unterwegs. Zehn nach sechs, also früh in Anführungszeichen. Ja, wir oder ich fahre heute mit meinem Kollegen Gerne nach Bozen in die Dolomiten und wir werden bis Donnerstag dort rumfahren. Jawohl, das ist da die Ansage für heute Sonntag. Ich bin ein bisschen strenger. Die Anfahrt war erst einmal in den Dolomiten wegen dieser grossen Distanz. Wir müssen heute über 400 Kilometer zurücklegen bis zu unserem Hotel, das in der Nähe von Bozen ist. Und das streckt einem ab, das fleissig zu machen, aber wir freuen uns auf die Tage in Bozen. Die Anfahrt wird auf jeden Fall schon sehr schön warm sein. Wir sind auch schon im September losgefahren und es war schon kalt wie die Sau. Und dieses Jahr ist ja alles anders. Also, das war's, die kurze Ansage, was da läuft beim Bauerhausi die nächsten fünf Tage. Der Bauer Simon ist zu Hause, hat Ferien und arbeitet auf dem Hof. Ja, noch kurze Korrektur. Es ist natürlich der 10. September. Und die Yamaha startklar. Packtaschen. Ja, es ist halb 7. 7 Uhr haben wir abgemacht. Im Co. Pronto bei der Autobahn aus Farkichberg. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao, ciao.